Wie heißt das Spiel? Bee Bob Ich hasse diese Bienen! Wollen Freunde spaßiges Automaten-Spiel spielen? Wenn es spaßig ist, ja. Ist es aber nicht, weil es nie spaßig ist. Bienen! Ich hasse mich! Hallo Leute, willkommen zum nächsten Part von Yuka. Wir sind jetzt draußen. Endlich. Ich will jetzt... Also ich glaube, hier haben wir das alles erledigt. Hier ist Ranken. Obwohl... Wenn das natürlich so ist, dann bin ich blöd. Kann ich das... Was? Nein, das bringt nichts, ne? Okay, dann bin ich doch nicht blöd. Komm ich da vielleicht rein, da wo das Wasser rauskommt? Ne, auch rein. Dann haben wir hier jetzt... Das erledigt. Oh, da finden sie eine Feder. Da ist das Spiel! Ah, ne! Scheiße! Es wird eine Auspasserfolge. Ich merke es jetzt schon. Ah, ist diese scheiße Spielautomaten. Hab ich die Feder eingesammelt? Ja. 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 Dann... Jetzt zum Albtraum. Hehehe. Okay, das ist hier irgendwas. Hallo. Ich bin Rackstro. Ich habe unglaubliche Spielautomaten für euch. Ähm. Hi Rackstro. Wir sind's. Joka und Leli. Du erinnerst dich? Wenn ihr mir Spielmünze bringt, könnt ihr neuestes Markadespiel ausprobieren. Diese alten Spielfiguren haben kein sehr gutes Gedächtnis, oder Joka? Zumindest ist er noch nicht abgestürzt. Abgefahren. Freunde haben Spielmünze. Bitte geh zum Spielautomaten und drücke A. Wenn du das Spiel schaffst, Gepäck so spezial Ich halte dich. Wie heißt das Spiel? Bi-Bob. Ich hasse diese Bi... Wollen Freunde spaßiges Automatenspiel spielen? Hehehe. Wenn spaßig ist, ja. Es ist aber nicht, weil es nie spaßig ist mit den Bienen. Ich hasse die Bienen. Spiel dauert 2 Minuten, besiege Firmis. Schnapp die Po aus, hol den... Besiege Firmis, was sind Firmis? Auch ich bin der Bienen. Kann sogar fliegen, ne? Ja, wenn ich die Bienen bin, sieht es alles schon mal anders aus. Da habe ich euch in Tröten. Hierzu lasst es einfach ganz schnell reisen. Schnapp ... ich merke doch jetzt schon ein bisschen was hier wird das ist doch nicht spaßig jetzt treff doch du dummes Arschloch woher willst du das wissen du weißt doch nicht mal wer aus wo du Frühstück hattest merkst du jetzt okay Gedächtnis kommt zurück merkst du musst ein paar Blocks löschen versuch spiel gerne nochmal wenn Freunde Heißbuch schlagen merkst du noch einen gewinnen möchten Freunde wieder scheiße machen was ist ein Heißbuch was war meinst du nochmal ich schaff das nicht scheiße 4000 Freunde sind sauerlich und wie soll ich es funktioniert doch nie ah strechbeholtert 2900 einmal mit Bord 9100 habe ich jetzt ist auf jeden Fall glaube ich besser als davor also ich bin gerade glaube ich besser als ich davor ok ich habe 2000 ab nicht mal mehr einen sind wie soll ich das schaffen Okay. So knapp, verfickte Scheiße, nein. Wege 100, was? Fick dich! Das ist ein Scheiß gegenreden. Okay. Okay, noch ein Versuch. 3.900. So eine Scheiße. Mach dir schon mal so. Jetzt bewegt dich doch nicht, du dummes Arsch. Geh doch hoch. Alter, was war das? Ist ja voll für den Arsch gewesen. Ich bleib da einfach hängen, was war das? Ich schlafe gleich ein, weil es so langweilig ist. Ich bin doch schon mal schnell. ... ... ... ... Jetzt geht er doch dahin mal. Das war's. Das war's. Das ist schon knapp bemessen, muss man schon sagen. Es gibt die gleiche Morgon, es gilt das. So ein PDF. Perfekte Scheiße. Was für eine perfekte Scheiße. Das ist so gemein also. Ich hasse diesen Huren. An ant. 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 Bis zum nächsten Mal. Jetzt geh doch da hin, du blöder Arsch, Alter. Ja, fickt euch, die Hubs, mein Gott, Alter, ist das ein Scheiß-Spieler gewesen. Dieses Arschloch, ich hasse diesen Scheiß-Rex, Alter. Ja, ich hab deinen Scheiß-Rekord geschlagen, du dummerer Potter. Bitte nehmt Greyfuss belohnen. Möchten Freunde wieder spielen, ne? Ja, gerne. Du bist Arschloch. Prima, du hast dein neues Onikum freigeschaltet. Okay, das könnte nicht lieb sein, ist da oben raus. Das sieht nicht so aus. Jetzt hab ich das hinter mir. Dann können wir jetzt Leute, wir haben es geschafft, wir haben es hinter uns. Jetzt, jetzt fängt wieder der Spaß an. Oh, Kartos kommt halt noch. Dieses Arsch kommt auch noch. Ach, Kartos haben wir jetzt noch nicht. Soweit ich weiß, ist Kartos auch richtig spannend. Und richtige Kartos. Die ist gut. Äh, ist da eigentlich das Rohr offen? Eigentlich da runter? Ja. Was ist da drin? Ich dachte, das ist irgendwie so eine Blume oder so eine Feuerblume. Okay. Warte, mein Name ist das jetzt schon mein Tanz. Was denn? Wer stört mich denn da beim Trinken? Hm. Beachte uns gar nicht. Wir wollen nur den Pagy holen. Wir sind gleich wieder weg. Momentchen, wollt ihr sagen? Ich hab gerade den Anfang meiner Swaps verpasst, weil ihr zwei meinen Lieblingskannenwärmer klauen wollt. Ist doch nichts passiert. Schau dir einfach später die Wiederholung an. Und vorher werde ich in den sozialen Medien gespoilert. Boah. Jetzt reicht's. Kleiner. Ich muss dich wohl zerquetschen, was? Tentaukel, Trevor. Okay. Boss. Kiff. Kiff. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020